willkommen zur letzten folge dieser session wir gucken mal ins mehrfach wir haben wieder ein bunker komm machen wir den auch gleich hey in dem alten bunker wollten meine freunde und ich einen lasertagzent eröffnen es gibt jedoch ein problem das wir gefunden haben und wir nicht lösen und wir können es nicht lösen hilf uns alles zeug los zu werden naja bis auf ein paar dinge vielleicht die zur ausstattung der arena verwendet werden können militärkisten und fässer sollten dafür perfekt sein es ist eine große aufgabe aber vielleicht finden wir dinge die helfen können es gut umzusetzen aber verbrenne ich nicht flammenwerfer ist das langwierig du hast den flammenwerfer freigeschaltet herzlich glückwunsch du hast das neue tool freigeschaltet von nun an kannst du alles in der reichweite verbrennen sehr vorsichtig denn neben dem müll verbrennt der flammenwerfer auch alle wertvollen gegenstände und sogar gras die einzige einschränkung ist die kraftstoff anzeige die auf der linken seite des zylinders sichtbar ist wenn der kraftstoff ausgeht durch die anzeige rot ein weiterer zylinder ist geschäft erhältlich und dann sieht es so klein in der hand aus das ist so klein in der hand aus das ist so klein in der hand aus die die Musik immer die animation abkürzt dann geht es doch schneller jetzt geht es doch Wo ist denn jetzt hier noch Müll? Oder zieht das hier mit zu? Nee. Oha, das ist ein Riesengelände hier. Oh, die Texturen werden echt spät nachgeladen hier. Ich weiß nicht, wo hier noch Müll ist. Zieht Rasen zum Müll? Geil, das ist ein Schuh. Okay, erstmal verkaufen. Becher, zwei und einen Teller. Keine Ahnung. Also muss ich den doch händisch wegräumen, sonst finde ich ihn nicht raus. So, jetzt kann ich die rötisch. Nein, das hält aber nicht lange, du. Zerstörung. Äh, schnelles Abreißen. Leistung gesteigert. Verbesserter Hammer, ich glaube, das nehme ich erstmal. Ist hier irgendwas? Repariere. I like. Da gibt's hier Licht. Oh, nee, wirklich. Oh, nee, wirklich. So, jetzt erscheinen. Cool. Da gibt'sanch So, Gegenstand kaufen. Ach da, wie viele Räume hat denn das Ding? Scheiße. Oh, das ist sehr schön. Soll hier da ein Wartebereich werden, oder was? Gut, nächster Wurm. Gut, nächster Wurm. Gut, nächster Wurm. Ach, mit dem Ding hier auch noch? Okay. Nein, nicht wieder Schutt. Gut, nächster Wurm. Gut, nächster Wurm. So, jetzt noch der Müll. Und sauber putzen. Gut, nächster Wurm. Gut. Gut, nächster Wurm. Hier soll mal wieder was drin klatschen, aber das mache ich erst später. Nein, nicht wieder einrichten. Okay. Theoretisch laut Fotoschutz-Anzeige müssten wir fast durchsehen. Was? Gegenstand verkaufen? Achso. Wartebereich vor dem Klo. Wo ist das so richtig rum? Ich hab keine Ahnung. Nee, eigentlich kann es nicht sein, ne? So muss richtig rum sein. So muss richtig rum sein. Ah, krass. Gucken wir gleich hoch. Cool. Kann ich eigentlich... Ach, das ist das, was ich hier noch draußen gesehen hab, oder wird? Na gut, dann haben wir das auch geschafft. Und hier geht's dann in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.